so so mein leben leute willkommen zum video heute ja ihr seht schon ja ganz gutes wetter heute und ja ich habe mir gedacht heute wieder 4k ja hier bin ich komme gerade von einkaufen hier das sind scheiß tagsätze hier so ich habe eine speicherkarte in meinem gerät drin dass ich Minimum auch was aufnehmen kann Längeminuten hier bin gerade am einkaufen gewesen kommen gerade und ja wie geht es euch denn so ganz gut ja mir geht es auch ganz gut ja mhm können wir mal gucken so bin ich auch ganz gut aber der einkaufpreis war zu teuer gewesen nur bei 100 euro ziemlich hart ich würde sagen das einkaufsladen würde ich auch verklagen beschweren mich um die preise weil ich war erst mal einkaufen dann können die mich mal aber ich habe leute ich ja bald geburtstag ja 20 jahre alt das heißt man schon weg und jetzt kommt die 20 das heißt ich würde natürlich 20 jahre alt da mein kanal ja gottesweise lange videos gebracht habe ist ja schon der kanal der ist ja schon zwei jahre 2019 ist er schon noch alt und nein keine sorge ich behalte ihn noch also keine sorge irgendwann muss er fallen hd version und dann ach so was zum beispiel aber ich finde es auch ganz schön mit 4k was schönes sich aber ich habe euch gezeigt wie auch ein bildschirm apps da vorgestellt habe und noch die anderen programme die euch ja helfen und vernünftiger machen könnt ja ich habe mir gedacht ja komm wenn du machst hier ein video ja ich bin gerade am setzen ich wollte gleich irgendwo doch hingehen nach oben ja ich habe mir gedacht dieses video zu machen weil die ganze ja genau an würde ich sagen ich würde nicht so lange nicht hocken ich würde sagen gerne jetzt auch mal hier lagen ja sie waren natürlich im haus gewesen und die hat er ja wenn ich schon sage die hat keinen bock mehr oben mehr der hat keinen bock mehr oben da hat keinen bock mehr die will gleich bald ausziehen hier die will kein hausfrau mehr sein weil die einfach scheiß gebittet werden von den ganzen vermietern da ja ja wenn der hund weg ist dann ist schön so dann würde ich gerne sagen ja langeweile alles natürlich leute die impfen ja kaum impfen ja und ja alles langweilig gegen corona maskenpflicht erst bis soll ja da 2020 soll es noch bleiben maske tragen und ja also soll aktuell der maske tragen und dafür wird es danach auch ja maske tragen und es wird auch keine ahnung ich finde aber scheiße dass man auf die neuen jahre verzichten muss auf masken aber muss man trotzdem machen kennt ihr das schon heute ist freitag ne unseren landkreisen kommt ziegenland kommt zum bus ein impfbus an und dieser bus wird euch ja benötigt impfen jeder leute wollen sich impfen und dann haben sie einfach ganzen leute rüber geschickt welche leute die da rüber geschickt haben einfach ein bus für uns kommt ein bisschen danach erst an zegenheim danach bei uns ein dreiser dann kommen die busse und dann wird erst mal angeimpft aber es kann auch beispiel sein dass die leute zu faul sind entfaul sind im faul das heißt im spiel ich kann auch nicht sagen ich muss eine zweite impfung noch bekommen dann bin ich ja vollkommen geschützt aber ich habe ein bisschen mein minimales problem ich habe mein arm tut weh ja ja da würde ich sagen gerne ja gerne das video gerne beenden das video und ja gerne beenden und wiedersehen tschüss tschüss tschüss